Ganz gemächlich waren wir da hin. Oh, wir müssen auch tanken. Kann ich noch? Kann ich noch? Ja, kann ich. Mal gucken, ob wir den Auftrag auch kriegen. Oder ob der wieder uns vor der Nase weg geschnappt wird. Noch ist er verfügbar. Ja, ein bisschen Gas hier. Pause. Ah ja, man kann, wenn Pause ist, einkaufen. Das finde ich gut. Jetzt habe ich natürlich vergessen, mein Teammitglied einzupacken. Egal, ich kaufe schon mal. Fallen habe ich ja bei ihm. Er hat sogar zwei Fallen, dann kann er ihm eine abgeben. Okay, dann kaufen wir noch einen Suckerpunch. Ja, nicht mit dem Film zu verwechseln. Falls ihn jemand gesehen hat, wie fandet ihr den Film? Ich fand ihn genial. Es gibt schon wieder eine neue Falle. Ja, aber die ist nicht so gut wie die, die ich schon habe. Oh, was ist hier denn los? Wo sind meine ganzen Sachen? Oh, Honigkuchenpferd. Da muss ich aber jetzt nochmal zurückfahren. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Dann ist das so. Dover Kinzi. Bist heute ganz schön vergesslich. So, ich guck mal, ob ich... Jetzt habe ich fast den Turbo-Modus angelassen. Ähm, Inventar war hier, genau. Ist im Lager, okay. Äh, Jungs, wo ist denn die Waffe? Ist sie vielleicht hier? Improved. Schmerz, Reichweite 5. Was hat er denn? Ach, er hat Schaden bekommen, genau. Hab ich... Objekt nehmen, okay. Sehr gut. Improved. Muss ich erst so machen, gut. Du kommst ins Team. Ich hatte doch zwei Pfeilen gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Na gut, dann bekommt er eine Selfmade-Pfalle. Ladefläche... Da. Sehr gut. Sehr schön. Mein erstes Teammitglied. Also das bin ja ich. Es ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist unglaublich. Und... Die bleibt im... Die sieht übrigens sehr seltsam aus. Ich glaube, das sind Geschwister. Ja, könnte fast sein. Sieht jedenfalls witzig aus. Ladefläche. Ja gut, nehmen wir noch eine Pfanne... Pfalle und... Es könnte ja aber was kaputt gehen. Nehmen wir noch mal den Modified Vacuum Cleaner mit. Okay. Bin gespannt, ob der Auftrag noch verfügbar ist. Da. Ich hab aber auch ein Glück. Oh, gib Gas. Ja, immer mit der Ruhe. Nehmen wir an. Ja, was steht denn da? Wir prüfen jeden Fall. Ghost Control liefert professionelle Geisteransorgung. Wie können wir ihnen helfen? Ich stehe zwischen den Gräbern. Ich glaube, hier huschen Skelette umher. Bis eben dachte ich... Bis eben dachten wir an Feierabendbier. Aber wenn das so ist, werden wir ihnen helfen. Ja, machen wir. Auftrag Friedhof. Das kann ja nur gut werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit auf der Karte stillsteht, wenn ich jetzt diesen Auftrag erledige. Wir werden es sehen. Hat jemand den Lichtschalter gefunden? So, jetzt ist es Zeit für dich zu schlafen, du nicht nur zu gezogenes Gemüse. Oh mein Gott. Was ist denn mit ihm passiert? Trefferschance durchschnittlich. Aber wieso? Da sind doch Objekte dazwischen, ne? Keine Aktionspunkte, ne? Machen wir nochmal so. So. Wer ist er? Er ist Manny. Yes. Da hätte ich nicht hingehen müssen. Naja. Ähm, Rundwetten. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich da hinschicken soll. Er ist ja fast kaputt. Oh, drei Geister. Hey, der Witzker. Da steht mein Mager dazwischen. Ich bin gespannt, ob die Geister durch Objekte durchgehen können. Ja, das war doof. Wir versuchen es mal mit der günstigen Falle. Oh je, das könnte... Oh je. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Gut, einer weniger. Das ist ja schon mal was. Ah, verfehlt. Wenn ich ihn hier hinstelle, dann treffe ich auch nicht meinen Kollegen. Ähm, ich treffe aber auch nicht den Geist. Hm. Gut, halt dich zurück. Das geht nicht mehr. Das geht gar nicht klar. Du legst noch schnell die Falle dahin. Ähm. Das ist schwierig zu sehen gerade. Ich glaube hier, äh... Da kann ich die hinfassen. Dann... Ab ins Abseits. Schade, dass es keine Medi-Packs gibt. Mist. Ah, verfehlt. Hoffentlich landen die jetzt kein Crit, äh. Ach, die kümmern sich um die Einrichtung. Das finde ich gut. Yes. Und auch getroffen. Sehr schön. Gut, da steht noch die Falle. Sehr gut. Sehr gut. Drei Energie. Habe ich noch einen Aktionspunkt? Ja. Yes. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Auf was? 346 Pfund. Hm. Nein, 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 nein. Stopp. Ins Krankenhaus. Los. Los. Wir müssen mal mit dem Doktor reden. Danach können wir immer noch zum Friedhof. Nein. Ah. Böse, böse Konkurrenz. Äh. Seit 1857 ein freundlicher Familienbetrieb. Was haben Sie auf dem Herzen? Aus meiner Toilette kommt Rauch. Und dafür sind wir nicht zuständig. Rufen Sie bitte beim Landwirtschaftsministerium an. Nein, Quatsch. Wir brauchen die Kohle. Schnell hin da. Machen wir mal einen auf Klempner. Was? Weg. Gib Gas. Muss schon wieder tanken. Okay, wie viele Geister sind da drin? Einer. Und auch einer. Da kann ich noch zwei. Und da kann ich einen fangen. Äh. Gut. Nehmen wir den Ghost da noch mit. Los geht's. Ist's schon Mitternacht? Ich mag das Spiel wirklich. Das ist ein nettes Spiel. Okay, ein Sieg immer da lang. Machen wir Tür auf. Und dann, wie Sie sehen, sehen Sie. Ne, nichts wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja ein Klappermann. Ja, können wir schon mal die Falle hinpacken. Und dann machen wir das Licht an. Und dann frage ich mich. Achso, ich habe mich bewegt und eine Falle gelegt. Ja, dann kann ich natürlich nicht mehr angreifen. Naja. Zu weit entfernt. Hm. Gut. Nächste Runde. Ach nein, hör auf. Bleib hier. Der hat keine Chance. Wir umzingeln ihn. Ich... Ich...